Nach Ostern endlich bundesweit gleiche Regeln für Schulöffnungen, das fordert jetzt der CDU-Vorsitzende und NRW-Ministerpräsident Laschet. Er wünsche sich, dass alles, was in den kommenden Wochen entschieden werde, bundeseinheitlich sei, eben auch die Schulfrage. Ob die Schulen nach Ostern wieder öffnen dürfen, ist Laschet zufolge aber noch nicht entschieden. Bis zum Ende der nächsten Woche würde allerdings Klarheit herrschen. Untertitelung des ZDF, 2020